So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Eine neue Folge Unboxing. Unboxing. Genau, erst wenn Arnie hingeboxt. Ich habe wieder zwei Sachen da. Eigentlich habe ich vier Sachen da, aber ich will jetzt zwei auspacken. Das eine habe ich mir selber bestellt. Glaube ich zumindest. Ich habe Blick schon gar nicht mehr durch. Das stand im Hausflur. Das andere ist das. Das sieht nicht so aus, als wäre das was Offizielles, sondern was Privates. Das ist nämlich vom NetGhost, glaube ich. Vom NetGhost. Und zufälligerweise habe ich gesehen, vom iSkorpiens, also seinem Zwillingsbruder, habe ich auch noch was stehen. Was für ein Zufall, dass wenn was von dem einen kommt, von dem anderen auch. Der NetGhost hat ja letztens so ein Geburtstagspaket geschickt, glaube ich. Ich bin gar nicht mehr durch. Im Endeffekt ist das jetzt gar nicht vom NetGhost. Das ist dann plötzlich vom... Es ist vom NetGhost. Wir sagen einfach, es ist vom NetGhost. Wie gesagt, ich habe die Übersicht verloren. Der eine hat gesagt, hier, sorry wegen dem Bier. Ich schicke dir Neues wegen dem Datum. Ich habe überhaupt gar nichts gemerkt. Habe ich vorgelesen, dass das Datum abgelaufen war? Kann das sein? Und jetzt wurde ein neues Bier. Sollte nachgeschickt werden. Ich gucke jetzt einfach mal rein, um was es überhaupt geht. Weil ich, wie gesagt, keine Übersicht mehr habe. So, es ist ein ständiges Hin und Her. Man ist kaum zu Hause, wenn wir mal ankommen. Da muss man hier nebenbei alles schnell abarbeiten und machen. Irgendwie war was mit Bier. Dann hieß es wegen dem Datum, ich schicke nochmal Ersatzbier. Ich dachte, das war NetGhost. Wir haben jetzt hier also Bier drin. Weil das ja wahrscheinlich dann Sachen sind, die ihr eigentlich schon kennt. Habe ich gedacht, mache ich das jetzt schnell auf. Und zeige euch dann nochmal, was ich in dem anderen habe. Oh mein Gott. Das kenne ich aber noch nicht. Das ist ja ganz neu. Viel Anger, Fassbrause, Himbeere mit Himbeergeschmack. Himbeerbrause mit Himbeergeschmack. Was war da denn los? Die sieht auf jeden Fall stark aus, wenn ihr da sitzt. Mit eurer roten Flasche in der Hand. Ihr seht hier den Bären mit der Krone, der die Zunge raushängt. Das ist eigentlich ein Stier. Den Bären, der eigentlich ein Stier ist, mit der Krone, wo die Zunge raushängt. Und dann haben wir das jetzt. Ah, darum ging es nämlich. Adi, dann tue ich es hier hinten rein, okay? Wenn du hier unten rumwühlst, dann tue ich es da hinten rein. Dann hast du es dort. Dann kannst du dort dann machen. Ich glaube, darum ging es, genau. Um dieses Sternburg-Hanfradler, was dabei war. Da war wohl das Datum, glaube ich, nicht mehr so richtig. Und deswegen ist das jetzt hier bis 5.23. Die anderen zwei Hanfradler, ich habe sie noch nicht getestet. Die stehen noch im Kühlschrank, gekühlt. Ich muss irgendwann mal dazu kommen und die dann mal testen. Mann, ist der bekloppt. Da ist das zweite Sternburg-Hanfradler. Also das wäre jetzt nicht so brutal gewesen, wenn die Leute sagen, langweilig, nur wegen so einer Himbeerbrowser. Machst du hier ein Paket auf oder was? Aber guckt euch das an. Eine McDonalds-Frisbee. Wir gucken ja immer Mac is God. Und Mac is God hat gesagt, es gibt jetzt eine McDonalds-Frisbee. Und dann hat der McDonalds-God das vorgestellt und hat auch ein Test-Video dazu gemacht. Und dann haben wir gesagt, das ist aber lustig. Jetzt habe ich meine eigene McDonalds-Frisbee. Da hätte man noch unterschreiben müssen. Hier Ice-Scorpions, hier Netgo's, die zwei Zwillingsbrüder. Das wäre genial. Und wenn die nicht funktioniert, wenn das nicht geht, dreht die einfach rum. Nehmt das hier als Teller. Ihr könnt ja auch Erbsensuppe, Linsensuppe reinmachen. Wiener Würstchen oder so. Könnt ihr draus essen. Ein paar Tortilla-Chips rein. Das ist aber cool. Ich kriege immer mehr McDonalds-Sachen geschickt. McDonalds-Gläser, McDonalds-Socken, McDonalds-Irgendwas. McDonalds-Frisbees jetzt. Das auch hier hinten. Ali, ich tue das einfach mal alles zu dir. Und wenn er sich schon... Es riecht alles so... So parfümiert alles irgendwie ein bisschen. Oder ich habe keine Ahnung, was los ist schon wieder. Dankeschön auf jeden Fall für die McDonalds-Frisbee. Das ist ja nicht verbrauchsgut. Die Biere, die trinkst du aus, dann sind die weg und das war's. Die Frisbee, das ist ein Hingucker, den du dir für immer ins Regal stellen kannst. Der gleichzeitig auch mit Chill, mit Ramses zu tun hat. Für Montag, wer da in den Streams dabei ist. Das ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Hier habe ich jetzt noch fix ein Paket aber von mir. Ich habe in letzter Zeit selbst nämlich mal wieder was bestellt. Das möchte ich jetzt mal kurz hier aufmachen. Und dann habe ich noch eins von der Bow übrig draußen. Und ich habe noch eins vom iSkorpions übrig. Da werde ich die aber in extra Videos machen. Damit man das mit dem Titel auch besser machen kann. Bevor man vier verschiedene Leute in den Titel schreibt. Dass wirklich das dem einen gewidmet ist, von dem es dann kommt. Und der Fokus ganz darauf liegt. Junge, das ging sonst immer so gut auf. Und jetzt? Seitdem die Stimme weg ist, ist auch die Kraft weg. Da geht nichts mehr. Wir machen das jetzt hier auf. Das müsste unser kleines Gini-Labor sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ob der Film, den ich bestellt habe, schon ankam, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist der da noch mit dabei. Ja. Der Film ist dabei. Der Film ist nämlich hier. Da habe ich gesehen. Ein Film von Michael Bay. Der Produzent von The Purge und The Quiet Place. Michael Bay mit den Transformers. Der hat einen Film gemacht. Fesseln radikal und nah am Puls der Zeit. Da heißt es nämlich Songbird. Und da geht es irgendwie um Corona. Die sind da in einem Wohnhaus. Und dann kommen die und wollen alle aus dem Wohnhaus in Quarantäne setzen. Und die müssen um Überleben kämpfen. Und da ist irgendwie Verschwörung brutal. Spannender, außergewöhnlicher Thriller von Blockbuster. Garant Michael Bay. Transformers Reihe. Perch Reihe. Der hat nur 5 Euro gekostet. Deswegen habe ich mit denen mal in die Liste. Und habe mir den jetzt selbst gekauft. Mit. Wer spielt da mit? Der Typ hier von Riverdale. Wenn ihr Riverdale kennt von Netflix. Da spielt der Typ auch mit. Und was ich eigentlich. Deswegen habe ich das ja eigentlich bestellt. Ich wollte dieses Labor haben. Dieses Scoville Laboratori Hot Sauce Challenge. 10 Hot Sauce Flavors. With Dropper and Stand. Scoville Scale Flavors. Ranging from 493 bis 11.300. Can you handle the heat? Das sieht in dieser Box auf jeden Fall richtig genial aus. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon aufmachen soll. Eigentlich muss ich es jetzt aufmachen. Damit ihr Bock habt auf mehr. Oder weil das Video nur 7 Minuten geht. Und wir müssen ja auf 8 Minuten kommen. Laut dieser FanTV. Also machen wir das jetzt mal auf. Tun das auch mal hier raus. Gucken jetzt mal hier rein. Hier ist nochmal eine Anzeige von wann bis wann wie wo was brennt. Was mild ist und was feier ist. 493 Scoville. Das ist ja nichts mild. Wenn wir doch aber Soßen mit 100.000 Scoville testen und 200.000 Scoville und Carolina Reapers gegessen haben mit 1,2 Millionen Scoville und so weiter, dann dürften die Soßen auf jeden Fall eine kleine Challenge sein. Durch die man so durch geht. Ansonsten habt ihr ja noch so ein Zertifikat dabei von Modern Gourmet Foods. Unsere 100% Garantie. Und hier steht auch nochmal alles. Die einzelnen Soßen. Wie viele Kalorien die haben. Die haben alle 0 Kalorien. Das sieht schon mal gut aus. Und was steht da überhaupt dabei? Eigentlich nichts. Außer das halt alles. Alles ist 5 Liter. Äh 5 Milliliter. Alles ist ohne Fett. Alles ist ohne Zucker. Alles ist ohne irgendwas. Da stehen aber die einzelnen Sorten. Ghost Pepper Hot Sauce. Extreme Habanero Hot Sauce. Habanero Heat Hot Sauce. Kicken Jalapeno Hot Sauce. Spicy Garlic Hot Sauce. Apple Whisky Habanero Hot Sauce. Fiery Chipotle Hot Sauce. Bacon Cayenne Hot Sauce. Sweet Jalapeno Hot Sauce. Und Mild Garlic Hot Sauce. Und das ist immer noch mit einem Klebestreifen zu. Machen wir mal kurz noch diesen. Das wird diesen super. Das sieht auch, wenn das leer ist. Das stellt ihr euch so ins Regal. Das ist ein Blickfang auf jeden Fall. Jetzt habt ihr das hier auf. Jetzt habt ihr hier drin nochmal alles stehen. Von welcher die schärfste ist. Welche die mildeste ist. Da steht immer noch was dabei. Das Design gefällt mir auch richtig gut. Ihr habt hier jetzt dieses Regal. Das ist eigentlich ein Regal. Was ihr hinstellt. Wo ihr die Soßen drauf stellt. Damit ihr die dort habt. Jetzt habt ihr hier nochmal so ein Innenleben. Dieses Innenleben. Machen wir auf. Das ist nochmal als extra Karton. In dem Karton. Noch ein Karton. Oh mein Gott. Der ist auch wieder zugeklebt. Das wird immer spannender. Guck wie spannend das wird. Jetzt habe ich mir die Schere in den Bauch rein. Und jetzt ziehen wir hier die Soßen raus. Boah. Der Karton riecht wie eine Mischung aus Karton und Chili. Einfach nur. Und das sind jetzt unsere Soßen. Guck mal wie schön die aussehen. Sweet, Jalapeno, Hot Sauce, Mild, Garlic, Bacon, Cayenne. Alles dabei. Alles hier schön mit diesem Symbol drauf. Die könnt ihr euch jetzt alle hier in dieses Regal reinstellen. Und können die so als Deko einfach irgendwo hinpacken. Ich tue sie jetzt aber wieder hier zurück. Ich baue mir das irgendwann mal auf. Und dazu folgt natürlich ein extra Video. Wenn wir die Chili Labor Challenge machen. Und diese Soßen durchtesten. Mal gucken vielleicht, wenn Hannes da ist. Mal wieder. Oder wenn jemand sagt, ich würde das gerne mal mitmachen. Könnt ihr euch dazu melden. Vielleicht auch. Vielleicht Hannes. Der steckt das ja weg. Ich weiß. Der steckt das besser weg als ich. Vielleicht mit ein paar Nuggets dazu. Die Soßen durchtesten. Stück für Stück sich da ran. Und dann mal gucken, wie weit man kommt. Oder mit Pupsi. Pupsi, das wäre auch interessant. Aber weiß ich nicht. Sehen wir dann, wenn es soweit ist. Dankeschön auf jeden Fall an NetGhost. Für diese super Scheibe. Da kann ich die einzelnen Soßen nämlich jetzt reinkröpfeln. Und dann daraus essen. Und ich finde das übelst genial vom Design her. Das gefällt mir richtig gut. Die Kartons muss ich auf jeden Fall unbedingt aufheben. Ich werde jetzt den Adi füttern. Und nachher nehme ich vielleicht noch die zwei anderen Unboxings auf. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Küst da hin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ich trinke die jetzt einfach. Ich habe so ein Duchst jetzt. Die einzelne Himbeerbrause zu testen, das ist nichts. Aber die trinke ich jetzt einfach hier weg. Also, peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Oh, man. Unsere Fassbrause ist eine Mecklenburger Spezialität. Fruchtig, prickelnd und erfrischend. Die ist auch nicht so süß. Die ist auch nicht so extrem schaumig. Die schmeckt richtig gut. Richtig gut. Nicht so wie Sirup. Richtig gut. Dankeschön. Müsste noch ein bisschen kühler sein. Reststelle ich jetzt meinen Kühlschrank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.